Hallo und herzlich willkommen zurück bei Stammfeld, nein! Beim Völkermordsimulator, ich weiß gar nicht von wann das Spiel ist. Auf jeden Fall, wir gehen in den unerforschten Krater. Ich habe eine kurze Pause machen müssen, deswegen. Kann sein, dass ich jetzt eine Sekunde brauche, um wieder reinzukommen und holen die vierte Harmonische. Die letzte. Was, die vierte? Eine vierte Harmonische. Ob es die letzte ist, weiß ich gar nicht. Ich kann dir mal davon absehen, hinter mir zu spawnen. So, wir machen uns mal schnell frisch. Nein, 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 wegrollen. Die Kerne sollte man wirklich nicht zu nah an sich ranlassen. Als RDA-Solder hat man überhaupt keine Möglichkeit, in den Nahkampf zu gehen. Es gibt auch nichts, irgendwie, einen Angriff, mit dem man einen Gegner wegstoßen könnte oder so. So was haben wir schon ges... Nein, so was haben wir noch nicht analysiert. Oh, ich müsste noch so viel in dieser Pandorapädie vorlesen. Distelknospe, okay. Es gibt bestimmt mal so eine blöde Skorpion-Diste. Jetzt nicht mehr. Äh. Ach, oh, 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 scheiße. Von wo schießt's? Von da drüben. Okay. Fall runter, fall runter. Ja, er ist runtergefallen. Dass die sofort ihren Berserker immer aktivieren, wenn der uns jetzt trifft, sind wir wahrscheinlich so gut wie tot. Treffen wir ihn? Ist er runtergefallen? Sehen wir gleich an den Punkten. Könnte sein, könnte auch nicht sein. Wahrscheinlich kriegen wir es gleich schön pfeil in den Rücken. Oder auch eine Katze. Gut, holen Sie sich die Harmonische. Ich kriege seltsame Werte rein. Papa ist irgendwo in dem Gebiet. Das geht nicht. Ich sehe ihn in einer tiefen Höhle, komme aber nicht ran. Ich muss einen anderen Weg finden. Moment mal, die RDR hat diesen Ort vor Jahren kartografiert. Das hat sie ja gebracht. Hier ist es wie auf einem Firmenfriedhof. Verstanden. Okay, Ryder. Es gibt dort einen versiegelten Eingang. Er führt zu einer alten Höhle, genannt Vergessene Kathedrale. Hübscher Name. Geht doch nichts über Soldaten, Pathos. Wenden Sie sich an Batista. Er hat die nötige Sprengkraft, damit Sie durch die Wand hindurch in die Höhle gelangen. Vorsicht, Ryder. Dort unten könnte Harpers Verbindungskammer sein. Okay. In die vergessene Kathedrale also. Dazu müssen wir wohin? Den ganzen Weg einfach wieder zurück. Ehhh. Nein. Wegen dem bemühe ich mich jetzt nicht. Hier, wir schauen einfach mal. Ob wir in die Höhle reinkommen. Next, Höhle. Die kommen ja garantiert gleich wieder von hinten angerannt, die Navi. Nein? Gut. Zu ihrem Glück. So. Jetzt aber. Kommen wir hier überhaupt raus? Ja. Nein? Vielleicht? Hey, Munitionsbehälter. Es passiert so viel. Hilfe. Oh, Mann. Mach die. Biege. Nicht jetzt. Wie werde ich brauchen? Oh, je. Irgendwie tun sie einem schon leid, aber warum greifen sie auch an? Ich würde als Navi einfach den Navi haben, einen Schwanz. Also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Sieht man ja auch im Film. Ich würde den Schwanz zwischen die Beine klemmen und davonrennen, wenn einer mit so einer Schrotfinder auf mich zurennt. Bist du Batista? Nein, du bist nicht Batista. Ach, coole Rüstung übrigens. Ich kenn die irgendwoher. Batista, da ist er ja. Ich war vor fünf Jahren in diesen Wäldern, als uns die Blauen aus dem Hinterhalt angriffen. Da muss ein unterirdischer Gang gewesen sein. Wir haben sie nicht kommen sehen. Danach haben die Navi ihn wieder versperrt. Warum erzählen sie mir das? Weil sie es ihnen heimzahlen werden. Sprengen sie den Weg auf. Klopfen wir mal an die Tür und sehen nach, ob jemand zu Hause ist. Das machen wir natürlich. Das hätte ihm aber nicht früher einfallen können. Was bekommen wir denn schön aus? Eine neue Nagelkanone und CETA-Feld, wenn ich das richtig gesehen habe. Also dieses Verteidigungsfeld. Das sieht doch gut aus. Das Ding kennen wir ja irgendwoher. Jetzt machen wir hier mal... Das räumen wir hier mal frei. Das Ding hatten wir doch schon mal. Erflich? Erflich? Boom! Ach, der war schon kaputt. Ich muss mir die Rakete auch sparen können. Haben wir noch irgendwas, was sich aufzuschießen lohnt? Okay, das bringt's nicht. Wir machen das auf altnodische Art und Weise. Mist. Ich sollte das besser mitnehmen. Wie du lädst noch. Wir bringen Natterwölfen das Fliegen bei. Ach! Sieh mal einer an. Warum ist mir das vorher nie aufgefallen? Vielleicht, weil's nicht da war. Wer weiß. So. Yes! Hier ist der Eingang. Und wir machen uns auf... In die vergessene Kathedrale. Auch das hier ist, weil ich weiß, wieder eine Karte, die man nur ein einziges Mal betreten kann. Und wir gucken mal. Ich will gern so viel wie möglich davon mitnehmen. Wo ist unser ATV? Und hier sieht man auch, dass wir eine Lampe an unserer Waffe haben. Die Lampe bringt zwar nicht viel. Aber sie ist da. Finde ich cooles... Coole Sache. Das Ordnanzgewehr hat keine, aber Schrottwinde und Sturmgewehr. Okay, die Pistolen haben auch keinen. Finde ich cool. Und es sieht... Wie werde ich brauche? ...gut aus, muss man sagen. Und hier stehen... Ah, Lampen. Cool, wir haben das Platz runtergeschossen. Okay, diese blauen Blüten machen anscheinend Schaden. Und springen tut auch weh. Ah, Harper. Okay, mein Freund. Jetzt gibt's auch... Ah, das sieht cool aus, wenn man hier läuft. Oh, aua. What the hell? Von wo? Von überall? Okay, der da hinten lebt noch. Huh. Jump kill. Wir gehen das Ganze jetzt mal ein bisschen vorsichtiger an. Zu dieser dramatischen Musik. Die mir übrigens sehr gut gefällt. Okay, wir haben Harper getroffen. Ich würde eigentlich gerne mit einem Granatwerfer da hochschießen. Darum macht ich das. Ah, ne. Falsche Waffe. Hast du gesehen, gewechselt? Okay, die haben jeden Vorteil. Die haben eine erhöhte Position. Und sind zahlenmäßig überlegen. Harper? Da hinten. Du Arsch. Komm her. Was? Das passiert mir grad ganz schön heftig, oder täusche ich mich da? Nicht jetzt. Nicht jetzt, ja, das ist... Das hast du sehr schön oft... Stirb einfach. Ich habe hier irgendwo Munition gesehen, die ich gerne mitnehmen würde. Falsche Waffe. Okay. Ich bin glaub'n bisschen ruhiger. Weil... Konzentration. Ich würde hier ungern abkratzen. Okay. Er ist tot. Ich weiß nicht, ob wir ihn mit einem Granatwerfer treffen können. Entscheide dich. Okay, dieses Ordnanzgewehr hat... ...ziemlich herzlichen Throwback für die Gegner. Die werden... ...zurück gepusht. Und wir... ...auch. Oh, ich dachte mir, das wäre ein Gegner. Harper! Du Drecksack! Komm schon, ein Treffer noch. Ja! Wir haben ihn. Schlechter Zeitpunkt für eine Katze. Aber wir wissen natürlich alle, was jetzt passiert. Er regt sich auf. Aber heftig. Das zurecht. Jetzt kommen wir nämlich und holen ihn. Wir werden hier ganz schön rumgeschleudert, wa? Sogar sehr heftig. Stirb einfach. So, ich gebe das Gleiche. Liegen bleibt. Also hier unten ist es schon etwas... ...heftiger. Tot? Tot. Munition? Munition? Wo war der Munition? Das ist cool mit diesen Effekten beim Laufen. Das passt richtig zu Pandora. Da ist der Munitionsbehälter. Das passt richtig gut. Ich laufe jetzt immer die ganze Zeit rückwärts, einfach weil ich es gerne sehe. Oh, sehr, sehr cool. Das ist dann wieder so etwas Schönes. Was die ganzen anderen... Naja, okay. Es hebt vielleicht nicht die ganzen anderen Bugs auf. Oder macht sie wieder gut, aber... Zeit zu sterben. Komisch. Lengler und Epstein meinten das auch. Sie haben ein paar 5 Milliarden Dollar Avatare getötet. Glauben Sie, die RDA wird sie befördern? Der Befehl dazu kam direkt von der RDA. Sie sind dümmer, als ich dachte. Ah, ja. Kendra hat ja schon vermutet, dass Falco sein eigenes Spiel spielt. Und das ist anscheinend soweit richtig. Wenn er sagt, die Befehle dazu kamen nicht von der RDA. Würdest du mir eingefallen tun und... sterben. Eilige Scheiße. Steh auf, steh auf, steh auf. Leute, wollt ihr wirklich für einen, wie Harper, sterben? Das war Rene Harper. Puh, das war jetzt schneller als gedacht. Du rettest mir das Leben. Wir schauen mal kurz in seine... In seinen Bunker hier rein. Ob wir da irgendwas Interessantes finden. Dann noch eine Bündungskammer. Die benutzt niemand mehr. So. Das war's mir wert. Aber wenn... Wenn das stimmt, was er sagt, dann sind wir hier irgendwie nur die... tragische Figur, der... ein bisschen länger dauern könnte. Hier geht's hoch. Ah, und dann sind unsichtbare Wände. Oder? Ja. Okay, das gehört also anscheinend... nicht mehr zu dem Teil der Karte, den man betreten soll. Das heißt... Wir machen... Sieht cool aus. Geht das kaputt? Erste Frage. Kann man drauf schießen? Ja. Kann man. Okay. Jetzt kommt uns dein Gelegen. Oh. Wow. Also es sieht wirklich cool aus. Ach, und da oben standen wir anscheinend. Wir sind jetzt in dieser Schlucht. Wo ist der zweite Wuppwupppunkt? Hier? Nenwo? Nein. Hier? Hier? Äh, hallo? Okay, theoretisch... müsste er hier sein. Genau. Zack. Da ein Steinchen hin. Und theoretisch hier noch irgendwo. Nein? Hier? In dem Bereich? Na, hier. Links höre ich noch aus. Und hier den letzten Rest. Schön. Wirklich, ich find's hier unten schön. Gleich mal Screenshot machen. Ja. Kann man da... Oh, oh, nein, nein, nein. Da sollten wir möglichst nicht runterfallen. So, wir haben unsere Pflicht erfüllt und kehren zurück in die hängenden Gärten. Von da aus schauen wir, wo es uns hin verschlägt. Ich bin gespannt. Oh, okay, wir sind direkt hier. Dann geben wir doch mal unsere Quests ab. Erst holen wir noch ein bisschen Munition. Gut getroffen, Kumpel. Vielleicht kriegen wir dafür ein oder zwei Medaillen. Wir? Naja, wir sind doch ein Team, oder? Ach, ja? Ja, ja. Das hätte er wohl gerne. Er hatte nichts gemacht, außer uns rumzukommandieren. Okay, wir fliegen nach Höllentor. Machen wir. Aber erst sammeln wir natürlich Belohnungen ein. Gib, gib, gib. Eine neue M60 und einen neuen Berserker-Modus. Sehr, sehr schön. Gefällt mir gut. So, Trudy. Hab ich dich eigentlich schon gescannt? Nur so mal aus Neugier. Und wo hast du deinen Hubschrauber gelassen, Mädchen? Trudy Chakul. Geben Sie mir einen Bestimmungsort, und fahre Sie hin, bevor Sie Adios sagen können. Das wollen wir doch mal sehen. Wir wollen nach Höllentor. Und ich höre Adios. Ich hab's geschafft. Sie hat gelogen. Schrecklich. Ich bin sehr gespannt, was uns in Höllentor so alles erwartet. Hey, Kendra. Ein neues Audiotagebuch. Oh, die müssten wir vielleicht mal anhören. Ich weiß nicht, ob wir bis jetzt schon welche verpasst haben. Ja, neun und zehn. Also, hier kommt die Nummer neun. Tja, aber wir haben es souverän gemeistert und jetzt kommt Nummer zehn, das ganz neue Audiotagebuch. Und ich habe ihn umgebracht. Den Kerl, der wollte, dass ich mich ihm anschließe. Ist das lange her. Seitdem hat sich viel verändert. Jetzt muss ich mir hier wegen Falco Sorgen machen. Es ist kaum noch möglich zu wissen, wem man hier trauen kann. Tja. Ich glaube ja wirklich, der Falco spielt sein ganz eigenes Spiel. Hier wird alles immer schlimmer. Sie werden die Harmonische ohne ihn hochladen müssen. Was heißt, Monroe ist verschwunden? Es ist Falco. Er verhaftet die Wissenschaftler sowie jeden anderen, der seine Autorität infrage stellt. Uns läuft die Zeit davon. Wir müssen den stillgelegten Brunnen finden. Und dann müssen Sie den Emulator aktivieren. Wenn Sie den Seelenbrunnen unter Ihre Kontrolle bringen, können Sie dem Wahnsinn ein Ende setzen. Legen Sie los. Ich werde nach Monroe suchen. Okay. Wir laden die vierte Harmonische hoch. Aber das machen wir erst, richtig, in der nächsten Folge. Wow, die Rüstung sieht cool aus. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Und tschüss. Bis dahin, vielen Dank. Bis dahin, vielen Dank. Bis dahin, vielen Dank.